ja hallo und herzlich willkommen zurück liebe zuschauerinnen und zuschauer heute möchte ich mal ja eine profi partie vorstellen ich habe mir ohnehin schon länger überlegt ob ich mal irgendwie so regelmäßig profi news oder irgendwas in der art mache aber einmal wöchentlich oder so wird mir zu viel zu regelmäßig zu viel arbeit und einmal im monat ist dann irgendwie zu viel ausfall eigentlich habe ich den eindruck und da weiß noch nicht was ich da wirklich umsetzen werde ihr könnt mir auch gerne mal in die kommentare schreiben was ihr euch das auch wünschen würde und was euch interessiert aber heute gehe ich da mal von anderen seite ran ich schaue mir eine partie mit euch vielleicht an die denke ich auch für die spieler gut nachvollziehbar ist und darum sollte es ja eigentlich finde ich auch gehen wenn man profi partie nach spielt dass man sich da vielleicht ein bisschen seine eigenen gedanken macht ja dass man auch ungefähr versteht was die profi es davor haben und das ist heutzutage leider gar nicht mehr so einfach da die richtigen profis für zu finden die richtigen partien da ja viel ziemlich taktisch gleich von anfang an ist und auch viel somit hin und her tauschen und wilden tenukis ist manchmal auch irgendwelche semi ist schon ganz am anfang und da denke ich verliere ich schon oft den überblick was dann wirklich sinnvoll ist oder sie wird zumindest sehr sehr anstrengend sich da rein zu denken und da wird das kiospieler wahrscheinlich mindestens genauso schlecht ergehen wie mir rede ich mir zumindest ein und ja wenn ich gefragt werde was für profi partien oder was für profis ich empfehlen könnte zum nachspielen dann nenne ich da meistens ein hanen naoki das ist ein japanischer neuner der vor einiger zeit auch schon titel gewonnen hat stelle ich gleich mal etwas genauer vor aber der spielt relativ sauberes go auch so vom partie verlauf her ist es ziemlich nachvollziehbar einigermaßen gradlinig klar man möchte natürlich auch irgendwie lernen wann und wie man möglichst viele tenukis spielt aber ja um so ein bisschen spielfluss zu verstehen und nachzuvollziehen im profi partien ist das was der so spielt eigentlich sehr geeignet wir schauen uns mal eine partie an die er jetzt kürzlich in der kisei liga gespielt b liga ist das glaube ich kieser hat so ein ganz komisches system da gibt es eine s liga dann eine a liga und zwei b liegen darunter und ja dann werden also plätze ausgespielt und dann gibt es ganz am ende doch noch mal ein ko turnier aus selbst die leute die in der b liga dann ja die db ihre b liga gewinnen die kommen dann noch in dieses ko turnier so ein ko baum wo man sich hocharbeiten kann und die aus der b liga fangen halt ganz unten an und dann kommt man wenn die dann aber weiter gewinnen können die auch noch herausforderer werden und dann letztendlich das titelmatch zu spielen ja der hand in der okie schauen wir uns gerade mal an ja hier auf der seite des neon gehen kann man sich die profi spieler daraus suchen wenn man so ein bisschen weiß welche schriftzeichen man sucht das wie gesagt hier ist hane naoki und der ist inzwischen 8 oder wird dieses jahr 48 das sieht man hier geboren 76 im august hat oder ist der sohn von hane yasumasa der war ja in den 70er jahren und 60er jahren glaube ich ziemlich gut spielt auch immer noch obwohl er jetzt inzwischen ja wird dieses jahr 80 hat letztes jahr da kann man auch so die ergebnisse sich angucken dieses jahr hatte neun partien gespielt und sogar sieben gewonnen keine ahnung vielleicht gibt es auch senioren turniere in japan gegen die anderen senioren scheint er dann gut dagegen halten zu können und auch das jahr davor hat er von 21 partien 13 gewonnen also alle achtung da kann man auch die einzelnen partien sich hier angucken zumindest die ergebnisse die partien sind hier nicht uns interessiert jetzt aber sein sohn also hane yasumasa da wäre er ein kandidat für partien die ich nicht empfehlen würde was ich da früher von ihm gesehen habe war immer sehr kämpferisch hat auch gerne glaube ich das hohe chinesische foseki gespielt und das mit populär gemacht hane naoki hat wie gesagt vielleicht in trainingspartien genug gelitten unter seinem vater so dass er jetzt eigentlich ein sehr solider spieler geworden ist auch ziemlich viel anschauungsmaterial für die spieler denke ich liefert es gibt auch ein buch glaube ich mit partien von ihm also von wegen jetzt mit style oder so ein englisches buch ja ob es das ob es das noch gibt ja wo er glaube ich seine partien selbst so ein bisschen kommentiert aber jetzt schauen wir uns mal an und seinen gegner noch schnell das war in dieser partie ein gewisser schieder dazu ja der ist 8 dann 1990 geboren also dann jetzt 34 dieses jahr oder 33 jetzt dieses jahr wird er 34 und er spielt auch in der liga mit und die partie die schauen uns dann jetzt an so hane naoki hat weiß und schieder dazu ja hat schwarz 6 1,5 komi das ist ganz normal in japan so auch hier drei vier punkte 44 punkte usumi angriffe der der presszug hier auf 16 zum beispiel das ist alles sachen und alle sachen die im prinzip auch von ki so gut geheißen werden und dann geht das hier so weiter auch die zwei punkte ausdehnung da keine ahnung ob da jetzt irgendwelche züge dabei waren die minus 0,1 oder minus 0,2 sind aber darum geht es ja auch nicht wenn da sollte es nicht gehen wenn man als kiospieler versuchte profi partien nachzuvollziehen da sollte es eher so um die ideen gehen und da kommen jetzt so ein bisschen die die erste idee hier möchte man natürlich mit weiß vielleicht sich da ausdehnen aber wenn dann schwarz hier spielt dann hat haben diese weißen steine hier vielleicht keine richtige basis mehr und wenn sie die basis hier kriegen müssen und dabei dem schwarzen helfen hier das gebiet hochzuziehen dann ist das vielleicht auch nicht so gut deswegen macht weiß hier selber die basis mit dem zug und nimmt den schwarzen natürlich auch gleich die basis weg und die müssen sich da jetzt irgendwie ja mal äußern aber schwarz spielt jetzt erstmal von der seite sagt ja okay dann ist der stein zumindest genauso schwach wie meine steine hier und das passt denke ich auch und der tier erstmal wissen ausdehnung stehen am unteren rand so weiß irgendwie erst mal raus schwarz ist auch aus und jetzt kommt so das erste manöver was man vielleicht ja sich durchaus mal anschauen könnte ihr biet schwarz um was normal ist und weiß schneidet da der schnitt funktioniert aber eigentlich gar nicht der stein kann einfach hier gefangen werden weiß kann das aber so spielen in diesem fall weil dann kriegt er erstens diese satari was ihm so ein bisschen im zentrum weiterhilft und dann kriegt er später vielleicht noch mal diese züge hier die vielleicht ein auge machen können oder ähnliches und schwarz gewinnt bei dem ganzen hier nicht allzu viel gebiet und die die stärke ist auch ja ist zwar stark jetzt geworden aber er war ja im prinzip vorher schon stark jetzt ist es fast überkonzentriert und so ein manöver ja da lohnt es sich schon mal irgendwie noch mal steine rein zu opfern dass man vielleicht noch mal ein paar züge mehr von außen kriegt so das haben sie bis hierhin auch gespielt und dann hat weiß das erst mal so stehen lassen und da gespielt das ist das nächste was ich eigentlich hervorheben möchte also ich selbst hätte da vielleicht versucht diesen bereich hier dieses mojo was schwarz da andeutet schön flach zu drücken dabei gehofft dass der gegner vielleicht irgendwie so antwortet was er vielleicht sogar macht aber was dann über bleibt ist dass ich da irgendwie schwache steine stehen habe die sich ja ja doch irgendwie noch als hypothek bemerkbar machen könnten und was weiß hier spielt ist den zug und er sagt sich wenn du jetzt hier hoch ziehst und da vielleicht mit jedem zug also fünf punkte mehr oder fünf punkte höher zu bauen dann spiele ich irgendwie hier im zentrum und diese steine werden plötzlich sehr sehr schwach und wenn die dann irgendwie raus müssen dann kann ich das doch wieder flach drücken hier das ist die idee dieses zuges hier den ich also für mich mal aus dieser partie mitgenommen habe dass man da dem gegner vielleicht auch zumindest erst mal dass mojo so ein bisschen gönnen sollte und nicht gleich sich selber zu viele probleme schaffen soll schwarz spielt dann gleich irgendwie da und weiß geht dann hier gleich auf diese form das ist ja immer noch hier somit piep eventuell schnitt möglich oder ihren schnitt da ist also eine ziemliche schwäche in der form und jetzt hat er durch diese zwei züge hier auch schon verhindert dass schwarz das hier wirklich hoch ziehen kann klar kann jetzt irgendwie hier vielleicht auf der vierten reihe gebiet machen aber wenn er das dann so macht das wird letztendlich auch maximal 20 punkte groß und weiß kriegt dabei dann ja auch ein paar ecken also ein schöner zug ganz irgendwie sanft gespielt finde ich aber passt irgendwie in die form alles und macht sinn schwarz verteidigt sich dann da ja und jetzt werden diese steine von weiß vielleicht doch wieder schwächer deswegen kümmert sich weiß da jetzt drum macht hier ein schönes doppelhane weil zum beispiel dieser stein hier jetzt nicht so wichtig ist danach kann schwarz ja immer noch nicht hier schneiden so so kann man nicht entdecken und auch so so kann man ja immer noch nicht schneiden weil es ein selbst der tage ist darum spielt schwarz natürlich nicht da die andere sache die man sich vielleicht vorher überlegen sollte ist was hier so passiert wenn er da raus zieht aber dann gibt es ja hier auch ja möglichkeiten vielleicht sogar so und so diese gruppe einzusperren da bin ich mir dann aber nicht ganz so sicher ob das nicht vielleicht nach hinten losgeht aber man könnte vielleicht auch so so und so spielen und hat dann irgendwie hier schon ja eineinhalb augen hier unten lässt sich ja wie gesagt auch noch was machen und dann kann man hier im zentrum vielleicht so so und so dann immer noch angreifen also da wäre schon die möglichkeit gewesen komplizierten kampf zu starten irgendwie aber entweder haben sie den durchgerechnet und dann für nicht gut befunden oder aber mal beide irgendwie nicht den stil direkt auf die kacke zu hauen schwarz hat da wie gesagt einfach ausgestreckt und weiß hat dann hier gedeckt sehr schön schwarz spielt dann einmal da weiß ja muss da irgendwie dann auch zurückziehen und schwarz macht hier am linken rand dann sein gebiet aber eben auch nur ja so drei sein gebiet 15 punkte vielleicht ein paar mehr ja und jetzt ist diese form natürlich eine die jeder kennt der eine zeit lang gespielt hat hier die sind wenn man hier nicht schneiden kann weil es dann geht da ist dann kann man hier die form mit dem zug gleich mal abfragen ob und wie er da decken will in schwarz so deckt gibt es den als vorhand wenn er so deckt gibt es den vielleicht mal als vorhand schwarz hat hier etwas aktiver vielleicht gespielt weil der schnitt geht hier immer noch nicht muss jetzt ein bisschen aufpassen also wenn man jetzt der tage sofort gibt dann läuft hier keine treppe oder das sofort der tage auf diese zwei ist aber wenn schwarz dann ein bisschen aufpasst dann später erst mal den und jetzt kommen diese schnittsteine hier nicht mehr raus und deswegen kann weiß 48 nicht spielen wie ich dann hier um schwarz streckt da raus und jetzt jetzt liefe diese treppe weil man da einmal mehr atare geben kann und hier hinten steht ja ein schwarzer stein aber das ist nach wie vor ein stein der so ein bisschen auf dem wunden punkt dieser schwarzen form steht und das nutzt weiß jetzt ziemlich schön aus er schiebt einfach weiter jetzt zum beispiel wenn ich ein umbiegen käme dann kommt dann dieser zug und wenn hier so eine doppelhahn kommt was man dann ja meistens machen möchte dann geht ebenso was hier und dann dieser zug ja und jetzt kann man eben nur noch irgendwie hier versuchen zu decken aber dann wäre man hier unten abgeschnitten das ist nicht gut und auch der hier funktioniert ja nicht weil das atari ist und der hier auch nicht weil dann sofort die steine weg sind und deswegen spielt oder ist schwarz mehr oder weniger genötigt hier einfach noch mal zu strecken und hat einem prinzip hier ein bisschen stärker bekommen aber weiß hat hier deutlich schöneren einfluss gewonnen finde ich spielt dann auch noch mal da es ist immer noch jeder dieser dieser schnitten an der so ein bisschen die schwarze form stört deswegen muss er jetzt einfach zurückziehen oder hat weiß ja jetzt auch die möglichkeit den stein später noch mal mit g5 abzuholen ja und dann spielt er hier versucht hier vielleicht ein schönes mojo aufzubauen dachte ich also wenn jetzt eine am rechten und gebiet macht dann ist es auf jeden fall weiß so so und jetzt spielt weiß auch noch den das ist jetzt der letzte zug der diesen schnitt hier androht und schwarz deckt da und dann hat er das endlich gelöst dieses problem noch ungefähr 20 zügen die in dem bereich hier gespielt wurden und jetzt noch noch eine vorhand aber dann haben wir es hinter uns so schwarz verteidigt da sein gebiet und das ist so ein zug der hat mich ein bisschen überrascht und die kai fand den auch nicht so gut aber auch nicht so schlecht wie ich ihn fand weil dahinter wohl doch noch ein bisschen was ging das immer dann gleich auch in der partie ich finde das eigentlich nicht so wichtig ich hätte jetzt eigentlich am liebsten hier gespielt das sieht doch einfach wunderschön aus oder das alles gebiet würde auf jeden fall und so würde ich mir ungern entgehen lassen schwarz hatte aber also weiß hat aber eben hier gespielt und schwarz bietern selber da folge richtig war es geht dann da unten irgendwie rein ja jetzt jetzt doch ein bisschen taktischer und jetzt kommt hier die idee die weiß mit dem zug hier hatte dass er nach dem umbiegen hier ein kreuzschnitt spielen kann und sich jetzt entweder wenn es irgendwie von hier da gibt hier noch so ein bisschen rein drückt oder eben wenn wie in der partie schwarz einfach zurückzieht dann gibt weiß hier atari und fängt hier ein stein und dann ist das ganze sogar in vorhand weil er immer noch drohte wenn schwarz jetzt irgendwo spielt hier in ko aufzusetzen bei dem schwarze deutlich mehr zu verlieren hat als weiß und deswegen hat schwarz das wohl gleich rausgenommen ja und dann sind da gerade mal irgendwie so zwölf punkte 13 punkte oder so übergeblieben von den vielen vielen nach denen es am anfang mal aussah problem das weiß jetzt aber hat ist diese zwei steine hier die müssen irgendwie noch zum leben kommt nach möglichkeit das wird jetzt bearbeitet aber auch immer noch nach so einigen interessanten zwischenzügen das hier zum beispiel verteidigt hier so diverse schwächen daraus schneidet hier und ja hier ist noch hier ist noch ein schnitt der wohl nicht direkt funktioniert und erstmal muss weiß glaube ich auch hier seine eigene form noch so ein bisschen sorgen das tut er da jetzt und deckt schwarz da auch ja der abtausch hier ist auch interessant wenn er jetzt der der weiße hier der schwarze hier gedeckt hätte dann könnte weiß ja irgendwie so trennen und die ecke muss noch irgendwie was für sich tun und die steine hier sind abgeschnitten klar die schwarze die weißen steine sind auch noch nicht ganz aus dem gröbsten raus aber das ist letztendlich denke ich für weiß vorteilhaft wenn es so käme deswegen hat schwarz ja auch hier gedeckt so weit spielt dann hier weiter und das war glaube ich auch eine kleine ungenauigkeit also weiß wir jetzt einfach hier leben vielleicht vorher noch so ein bisschen was ja da zusätzlich rausholen hier mit dem voranzug hier oder so kam es glaube ich am ende sagte mir hinterher dass der zug hier ganz schön gewesen wäre ich dachte was soll er denn bringen dafür diese gruppe ja nur schwächer wenn er hier deckt aber dann hat weiß diesen hübschen und schwarz kann die gruppe irgendwie unter diese drei steine nicht mehr wirklich anbinden denn so kommt es und wenn schwarz auch irgendwie wahrscheinlich schafft hier zu leben dann sind plötzlich doch diese steine hier alle bisschen bisschen gefährdet auf jeden fall abgeschnitten und da ist dann ja auch noch ein schnitt in weiß hinko mal spielen kann vielleicht keine ahnung und vielleicht kann man hier sogar rausziehen nee das kann man nicht dann sind die hier verloren dachte um da doch vielleicht noch mal auf töten zu gehen ja also da wäre halt irgendwie dann schnitt gewesen der weiß auch geholfen hätte seine probleme zu lösen hier zum beispiel ist ja und dann dieser zug hier vorhand und der fängt den einen stein ja schon und damit würde weiß ja auch leben so so kam es aber nicht sondern so dann ja deckt schwarz dass sie irgendwie alles ab jetzt geht er ja auch nicht mehr weil dann dieser schnitt schon gedeckt ist und den anderen deck darin weiß hier gedeckt hat also ist schwarz da jetzt erstmal mit dem zug angebunden da gibt es jetzt aber ein reserve auge für weiß und damit lebt weiß ja auch und diese form von also diese züge hier von von schwarz sehen alle schon wieder ziemlich ziemlich zusammengeschoben aus alle da muss er nach dem zug ja auch erstmal verbinden und jetzt ist halt die frage was passiert mit den beiden steinen hier mit denen nichts passiert also weiß die retten würde dann wird er wahrscheinlich schon besser stehen er steht glaube ich auch besser im kai wollte jetzt aber glaube ich irgendwelche komischen tricks machen da kam irgendwie am ende glaube ich so was dabei herum dass man den zug jetzt hier nicht hier beantwortet sondern eben hier dann lässt man diesen stein abschneiden und weiß reicht das dann eben auch irgendwie um die steine dann doch letztendlich opfern zu dürfen da belände ich vielleicht gleich einfach mal die die kai variante ein ja weiß hat jetzt erst mal da weiter gespielt weil das ja alles noch vorhand ist diese ganze gruppe abzuschneiden die hat gar nicht so viele augen also der ist ja jederzeit auch vorhand für weiß und wenn schwarze nicht hier gespielt hätte dann hätte weiß hier spielen können und diese ganze gruppe wäre abgeschnitten das wäre lustig geworden und danach spielt weiß dann jetzt aber erst mal hier und ja dann kommt der der und der und ja weiß hat hier leider keine zwei augen und macht hier jetzt den nächsten fehler hier wäre jetzt glaube ich das hier der richtige zug gewesen weil er eben auch droht und rum zu verbinden also selbst wenn schwarz hier deckt was er in der partie glaube ich gemacht hat ja jetzt kann schwarz hier kann weiß hier nicht mehr verbinden aber wenn er darunter gestreckt hätte dann könnte er das und dann gibt es da andere varianten alles da durchaus möglicherweise wild sagt die kai aber weiß hätte seinen vorteil ja deutlich gehalten wenn nicht sogar ausgebaut von irgendwie so fünf punkten also die partie war die ganze zeit sehr knapp dann beide haben ja wie ich finde ziemlich sauber und gut gespielt ist ja auch eine partie ich glaube kieseliga die haben da wahrscheinlich vier fünf stunden bedenkt zeit pro spieler da können sie auch mal ein zwei gute züge sich überlegen so aber ich denke inzwischen waren sie vielleicht auch beide schon in richtung biomi unterwegs und das erklärt dann vielleicht auch ein paar mehr ungenauigkeiten die da jetzt so langsam aber sicher kommen so ja jetzt geht das hier so weiter auch hier hätte weiß wohl jetzt irgendwie noch da spielen sollen auch da blende ich die variante mal ein das so genau wollen wir jetzt eigentlich gar nicht reingehen ja da kam jetzt noch ein zwei interessante sachen in der partie die ich euch zeigen möchte interessant war einiges mehr vielleicht noch aber auf die ich hinweisen möchte das war jetzt erstmal das weiß hier einfach von hinten weiter schiebt womit diese steine ja mehr oder weniger tot aussehen aber dadurch hat weiß hier im zentrum ja wo er jetzt natürlich noch mal spielen muss ein paar steine gewonnen also auch irgendwie gut zehn punkte vielleicht gemacht und eben diese gruppe ja auch sicher gerettet schwarz spielt dann da fängt die gruppe wahrscheinlich und macht dabei auch noch schönes endspiel und weiß hat jetzt er versucht er erstmal in der ecke irgendwie ko aufzusetzen aber schwarz glaubt ihm das erstmal nicht ist auch ganz hübsch jetzt gibt es hier ein paar zwischenzüge die auch mal hier sich noch angucken ob die schwarze gruppe überhaupt schon lebt tut sie aber weil ja hier ein natari war was weiß immer beantworten musste und deswegen war der augenraum groß genug für weiß schwarz aber jetzt versucht weiß hier eben das co umzuleben aber schwarz hat diesen sehr schönen zuck und dann deckt er hier und jetzt ist das ja kein richtiges co mehr es kann noch vielleicht dachte ich ein co werden konnte es aber nicht wenn weiß hier spielt kann schwarz ja weder hier spielen und den hier ja auch nicht das würde also nicht klappen und ich dachte wenn er hier spielt und dann ja wenn er jetzt hier spielt kommt das mit datari und dann geht er hier rein und die gruppe ist tot und wenn weiß jetzt hier spielt dann wäre es co aber nur auf den ersten blick denn wenn weiß irgendwo eine co drogen findet die schwarz beantwortet keine ahnung da hat er jetzt hier gerade ein paar bekommen also so zum beispiel und hier zurückschlägt dann wirft schwarz hier einfach ein und hier kann weiß ja nicht decken hier kann er auch nicht schlagen weil dann zwei steine gefangen werden er müsste also hier zurückschlagen dann ist das in der ecke ein doppel co also schwarz kann dieses co nicht verlieren bzw weiß kann es nicht gewinnen denn weiß muss ewig co drogen suchen und jedes mal nachdem er eine co drogen gesucht hat die auch beantwortet wurde und zurückschlägt schläft schwarz halt den anderen stein und weiß kommt nicht voran das ist also da wäre eine ganz interessante stellung gewesen es gibt allerdings hier auch andere möglichkeiten also direkt zum beispiel hier zu spielen denn hier nach hier nach kann weiß ja nicht hier schneiden weil dann die steine hier alle gefangen werden und wenn er hier spielt dann ist das immer noch möglich also hier kann weiß ja nicht decken weil er immer noch auf atari ist ja das klappt also nicht und ja wenn weiß hier spielen muss dann haben wir ja das was haben wir wieder das was wir eben hatten das weiß hier irgendwann raus schlägt aber schwarz dann wieder direkt in die nakateform rein stellt jo also es hätte doppel co werden können aber nicht müssen also schön umgebracht hier und die partie ist wirklich sehr sehr knapp so ich glaube zwei drei punkte vielleicht und jetzt geht das halt noch irgendwie eine weile weiter Endspiel ist relativ ja könnte sagen langweilig also ohne ohne großartige aufreger außer vielleicht hier hier geht jetzt noch irgendwie so ein bisschen ja ein co wird noch ein bisschen co gespielt aber letztlich deckt weiß da und ja das co fängt nochmal an aber die partie wird auch nicht ganz zu ende gespielt ich glaube irgendwann hier dem schwarz hier gedeckt hat hat weiß dann aufgegeben also hane naoki hat die partie leider verloren aber trotzdem fand ich sie gut und auch besonders hier im zentrumskampf am anfang sehr instruktiv von ihm wie er diese schwäche da ausgenutzt hat ja und vorher auch vielleicht so ein paar strategische entscheidungen die ich ja jetzt gut finde aber vielleicht wo ich da nicht selber drauf gekommen wäre sagen wir mal eben zum beispiel hier diesen zug auf d8 zu spielen war das glaube ich ne statt vielleicht ja direkt das mogu hier anzugehen also ich denke ich habe was aus der partie gelernt ich hoffe ihr habt auch was daraus gelernt wie gesagt hane naoki partien kann ich auf jeden fall empfehlen zum nachspielen zum versuchen zu studieren nachzuvollziehen ist denke ich viel lehrreiches dabei nicht nur für kiospieler und wenn ihr euch wünscht dass ich öfter mal sowas bringe dann lasst es mich gerne wissen am liebsten durch kommentare vielleicht auch was ihr sonst noch an profi news oder so gerne sehen würdet wie gesagt da scheue ich im moment ein bisschen davor zurück sowas regelmäßig zu machen aber wenn sich was ganz interessantes tut was man nicht in den normalen quellen vielleicht finden kann dann mache ich da eventuell mal ein video draus versprechen tue ich aber nix ja ansonsten gerne daumen hoch da lassen gerne abonnieren falls ihr noch nicht abonniert habt und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder bis dahin macht's gut Ciao